Microsoft hat einen beliebten Hack zur Umgebung des Online-Konto-Zwangs in Windows 11 unbrauchbar gemacht. Welcher das ist und welche Alternativen weiterhin noch funktionieren, das zeige ich dir in diesem Video. Windows 11 hat ja schon zum Marktstart offiziell für die Home-Edition ein Online-Konto in der Microsoft Cloud verlangt. Es gibt viele triftige Gründe dagegen, deswegen wollten viele Nutzer sich eben nicht hier diesem Cloud-Zwang unterwerfen und sich lieber ein lokales Konto anlegen, wie das ja seit Jahrzehnten ohne Probleme möglich war. Da war jetzt ein Trick hier, der auch lange Zeit funktioniert hat, hier mit irgendeinem Mask zum Beispiel, sprich man gibt bei der E-Mail-Adresse für das Microsoft-Konto irgendwas ein, das es nicht gibt. Wenn man das zwei, dreimal gemacht hat, je nachdem, manchmal reicht auch einmal, dann kam irgendwann nach den Fehlermeldungen eine Maske, wo man hier ein lokales Konto anlegen konnte. Wir probieren das mal mit einem aktuellen Windows 11 23 H2 aus. Das habe ich hier in der zweiten Version schon vorbereitet. Da hat Microsoft nämlich mal das Ganze aktualisiert. Wir sind zurück bei der Einrichtung. Da müssen wir jetzt hier mal die Region und die Sprache auswählen. Das kennt ihr ja, wenn ihr schon mal Windows installiert habt. Dass das so Layout genau überspringt, das wollen wir nicht. Aber wozu der uns jetzt hier zwingt, ist, wir müssen einmal diesen Einrichtungsassistenten hier aktualisieren. Nun kann es aber losgehen. Die meisten werden hier wahrscheinlich für persönliche Verwendung einrichten, auswählen. Dann kommt hier nämlich die Login-Seite. Erstmal hier schalten Sie Ihre Microsoft-Erfahrung frei. Das ist nochmal die Werbung für das Cloud-Konto. Da gibt es aber hier gar keine andere Wahl. Nur anmelden. Wenn man jetzt in dieses Feld ungültige Daten eingibt, zum Beispiel jetzt mal was ganz Wildes, dann auf Weiter klickt, könnte man das bisher nach ein paar Versuchen überspringen. Aber ihr seht, ich probiere es hier mehrfach, auch immer mit neuen Daten, dass er erkennt, dass ich da was Neues eingegeben habe. Aber jedes Mal bloß die Fehlermeldung ist nicht vorhanden. Plus keine Möglichkeit zum Überspringen. Bloß noch weitere Informationen. Das führt hier zu seiner Infoseite. Auch bei Anmeldeoptionen, da gab es ja früher die Option Lokales Konto erstellen versteckt. Die ist hier schon länger verschwunden. Am einfachsten klappt es mit Windows 11 Pro und höher. Für Home gibt es noch einen anderen Trick, den zeige ich euch später. Jetzt schauen wir uns erst mal Pro an. Hier ist es am einfachsten. Da gehen wir hier einfach nochmal zurück auf diese Einrichtungsseite und sagen hier für Arbeit oder Schule einrichten. Und keine Sorge, das hat überhaupt nichts mit eurem Beruf zu tun. Das ist hier alles nur gut versteckt, damit ihr das bloß nicht findet und dem Klauzwang von Microsoft nachgebt. Sieht hier auf den ersten Blick nämlich gleich aus, dass man hier auch eine E-Mail-Adresse zu einem Microsoft-Konto eingeben muss. Doch die Anmeldeoptionen hier, die haben einen weiteren Eintrag, stattdessen der Domäne beitreten. Das ist normalerweise für Unternehmen mit Active Directory Umgebungen. Aber das stimmt ja gar nicht. Das ist nämlich hier eine versteckte Option, um sich hier ein lokales Konto anlegen zu können. Vielleicht kennt ihr die Maske noch von früher. Die konnte man früher leichter aufrufen. Ich lege mir hier mal eins an. Gebe hier einen Namen an. Auch ein Kennwort. Der hat im Hintergrund gerade die Treiber von meiner Funktastatur installiert. Ihr seht also, der hat Internet. Ihr müsst hier die Verbindung nicht erst trennen, sondern das ist alles online hier. Also jetzt geht es weiter. Kennwort nochmal bestätigen. Jetzt kommen die Sicherheitsfragen. Die kennt ihr ja. Drei Stück muss man angeben. Das ist schon seit Ewigkeiten so. Die klicken wir hier mal ganz schnell durch. Es ist ja eben bloß ein Testsystem hier, wo das gar keine Rolle spielt, was wir da eingeben. So, jetzt halt noch die ganzen Datenschutzfragen. Da wähle ich immer überall Nein. Und bei dem hier weniger Überwachung, weniger Datenabfluss. Immer Nein. Nein. Und nochmal Nein. Nun prüft ihr, ob es noch Windows-Updates gibt. Das dauert ein paar Minuten je nach Internetverbindung. Anschließend starten wir gleich in ein lokales Konto auf Windows 11. Hier ist der Desktop und wir klicken hier mal auf das Konto. Kontoeinstellungen ändern, damit ihr hier links oben sehen könnt. Lokales Konto mit Administratorrechten. Also kein Cloud-Account bei Microsoft. Unter Windows 11 Home wird es schwieriger, weil dort Microsoft keinen Domänenbeitritt erlaubt. Aber hier gibt es auch noch Mittel und Wege, die Microsoft noch nicht behoben hat. Die schauen wir uns jetzt im Folgenden einmal zusammen an. Hier das gleiche Spiel. Übrigens ist dieses Update hier überhaupt kein gutes Ding. Das führt nämlich dafür, dass auch alte ISOs, dass die jetzt die neueste Version bekommen und daher ebenfalls die aktuellsten Einschränkungen besitzen. Bei Windows 11 Home ist die Grundvoraussetzung, dass ihr eine mögliche Internetverbindung kappt, das heißt bei Internet das Internetkabel rausziehen, bei WLAN die Verbindung gar nicht erst herstellen, sodass ihr hier diese Fehlermeldung angezeigt bekommt, weil die Home-Edition schon von Anfang an erzwingt, dass ihr online sein müsst. Hier könnt ihr die Verbindung auch softwareseitig trennen. Dazu drückt ihr einmal Shift und F10. Bei manchen Laptops braucht ihr dafür noch eine Fn-Taste, das kommt aufs Gerät drauf an und gebt hier in die Konsole, die sich jetzt öffnet, einmal ncpa.cpl ein. Damit öffnet sich hier diese Übersicht von den Netzwerkverbindungen. Da seht ihr, hier ist zum Beispiel das Internet verbunden. Die könnt ihr hier, wie ihr es normal von Windows her kennt, markieren und sagen Netzwerkgerät deaktivieren. Das funktioniert hier auch. Durch den Online-Zwang bringt uns das alleine aber nicht mehr weiter. Das hat früher mal gereicht. Ihr braucht jetzt dieses Konsolenfenster, also sprich einmal Shift-F10 drücken, falls noch nicht geschehen. Und nun gebt ihr hier ein OOBE, ein Backslash und Buy, drückt Tab, dann kommt hier BypassNRO.cmd. Das führt ihr aus, das ist ein Skript, das setzt einen Registrierungsschlüssel, um diesen Online-Zwang zu umgehen. Um euch den Weg aus der Cloud so schnell wie möglich zu machen, müsst ihr hier jetzt auch nochmal das mit der Land- und Region, diese ganzen Lokalisierungs-Einstellungen, alle nochmal durchklicken, damit ihr weiterkommt. Zumindest das Update, das ist hier jetzt nicht mehr nötig, das haben wir ja schon gemacht. Aber jetzt kommt der kleine aber feine Unterschied. Es gibt hier jetzt diesen Eintrag, den es ganz am Anfang schon gab, den Microsoft schon vor längerer Zeit aus dem Installer entfernt hat. Ich habe kein Internet. Den gab es vorher nicht. Der ist nur sichtbar mit diesem BypassNRO. Da kann man jetzt draufklicken. Jetzt kommt hier nochmal so ein Mahnender-Dialog. Es war doch viel besser mit Cloud-Konto, mit einem Dark-Pattern. Da müsst ihr jetzt hier auf den unscheidbaren Knopf nochmal drücken mit eingeschränkter Einrichtung, also ganz schlimm fortfahren. Jetzt kommt hier, wie ihr es vorher gesehen habt, der normale Dialog zum Erstellen eines normalen lokalen Kontos. Gebt ihr ein Kennwort ein, die drei Sicherheitsfragen müsst ihr nochmal bestätigen, das Kennwort. Und dann habt ihr auch hier ein lokales Konto mit eurem Windows-Desktop. Gut und wichtig zu wissen, Drittanbieter-Software wie zum Beispiel Rufus bietet an, diverse Einstellungen zur Umgehung von solchen Zwängen direkt in das ISO zu integrieren. Bei Ventoy ist es ähnlich. Der hat das sogar im Standard aktiv, was ich da ein bisschen schwierig finde. Da gibt es nämlich zwei Einstellungen. Einmal Bypass Windows 11. Das ist für die ganzen künstlichen Hardware-Anforderungen, also bestimmte Prozessoren, TPM, Secure Boot und so weiter. Die werden damit alle umgangen. Der zweite Bypass NAO ist im Hintergrund der Registrier-Schlüssel, der auch bei dem Skript, das wir mit der Batch ausführen, gesetzt ist. Der ermöglicht eben dieses links unten, ich habe kein Internet, um dann noch ein lokales Konto anlegen zu können. Ich habe die für meine Teste jeweils ausgeschaltet, aber im Standard sind die automatisch aktiv. Das kann ein bisschen irreführend werden. Habe ich in diesem Beitrag hier, wo ich Ventoy schon mal komplett vorgestellt habe, auch gegen Ende hin als Hinweis für die Windows-Nutzer gezeigt, damit man das eben im Hinterkopf hat, weil dadurch bestimmte Umgehungen nicht mehr von Hand notwendig sind. Gerade in Unternehmensumgebungen, da kann das aber auch schwierig sein, wenn man wegen Support oder zumindest Compliance darauf angewiesen ist, offiziellen Support von Microsoft zu haben. Microsoft hat es also wieder getan und schränkt seine Windows-Nutzer noch mehr ein als ohnehin schon. Bisher haben sie noch nicht alle Lücken geschlossen und man kann den Cloud-Zwang umgehen. Das scheint dem Konzern aber gar nicht recht zu sein, denn da geht schon seit geraumer Zeit dagegen vor, dass es nicht der erste Hack, den Microsoft unbrauchbar gemacht hat. Es dürfte eine Frage der Zeit sein, bis Microsoft hier die Daumenschrauben noch weiter anzieht. Wer sich nachhaltig solchen Gängelungen mit Cloud-Zwang und Co. nicht unterwerfen möchte, sollte über den Wechsel zu einem freien Betriebssystem nachdenken, zum Beispiel GNU-Linux. Bist du schon gewechselt oder schlägst du dich noch mit Windows rum? Schreib es gerne auf uLabs.de ins Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.